Hey, haue Kartoffeln! Ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Videos hatte für euch im Start. Wie gestern schon im Newswear-Video angesprochen, ist diese Woche perfekt für alle Kopfgeldjäger geeignet oder für solche, die es noch werden wollen. Nicht nur, weil es massig viele Rabatte gibt auf die Ausrüstung, Klamotten und Emotes, sondern eben auch noch, weil es mehr Belohnung gibt für die Kopfgeldjagden an sich. Vor allem für die legendären. Da gibt es zum einen die neun renommierten legendären Kopfgeldjagden, die man nur annehmen kann, wenn man sich schon die Rollenerweiterung gekauft hat. Die geben anscheinend nicht nur doppelt Rollen-XB, sondern, so wie sich herausstellt, auch doppelte Dollar. Auch wenn das so im News-Artikel gar nicht steht. Und dann gibt es nochmal die klassischen 10 legendären Kopfgeldjagden, die man annehmen kann, sobald man die normale Rolle hat. Und die lohnen sich besonders, vor allem vier davon. Es gibt vier, die nochmal mehr Geld bringen als die anderen. Und das sind unter anderem Etta Doyle und Red Ben Clemson. Diese Mission solltet ihr unbedingt machen, wenn es darum geht, mehr Dollar zu verdienen. Denn Gold bekommt ihr bei allen gleich viel. Da kommt es nur darauf an, wie lang ihr den Timer voranschreiten lasst. Und auch Geld bekommt ihr natürlich mehr, wenn ihr länger in der Mission drin bleibt. Aber es gibt eben bei diesen zwei noch einen größeren Basis-Payout. Es gibt sogar insgesamt vier von diesen Missionen, aber diese zwei lohnen sich am meisten. Red Ben Clemson ist sogar noch ein bisschen geeigneter dafür, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Denn dort bekommt ihr noch mehr, da es mehr Ziele sind. Desto mehr Ziele ihr habt bei der Kopfgeldjagd, desto größer sind dann auch die Geld- und XP-Belohnungen. Gold bleibt, wie immer, komplett gleich, egal welche Mission ihr macht, also auch wenn es irgendwelche PvP-Showdown-Modi sind oder wenn es fremde Personen-Missionen sind oder Story-Missionen. Gold-Payout ist immer nur auf die Zeit fokussiert. Und da ist es so, dass ihr alle drei Minuten 0,08 Gold bekommt. Das heißt, ihr bekommt bei 9 Minuten 0,24 Gold, bei 15 Minuten 0,36 Gold und ab 15 Minuten gibt es nur noch alle 5 Minuten 0,04 Gold. Das heißt, das lohnt sich im Vergleich zu davor fast nur noch Viertel so gut. Und trotzdem warten viele Leute, mich eingeschlossen, 30 Minuten bevor sie die legendäre Kopfgeldjagd abschließen, obwohl sie dann nur noch 0,48 Gold bekommen, also gerade mal das Doppelte von 9 Minuten trotz dreifacher Wartezeit. Es lohnt sich natürlich auch, weil man mehr Geld und XP bekommt, aber vor allem deswegen, weil es einen 48-minütigen Echtzeit-Timer gibt, bevor ihr die nächste legendäre Kopfgeldjagd angehen könnt. Viele wollten deswegen einfach nur das Maximum rausholen, dann 50 Minuten warten und dann direkt die nächste starten. Relativ zur Zeit lohnt es sich aber auf jeden Fall, immer nur nach 9 Minuten schon die Kopfgeldjagd abzugeben, dann irgendwas anderes zu machen für 50 Minuten und dann direkt die nächste zu starten. Aber absolut gesehen, wenn ihr einfach AFK sein wollt, irgendwas anderes in der Zeit macht, dann lohnen sich die 30 Minuten auf jeden Fall. Und hier gibt es vor allem eine Mission, die an Leichtigkeit nicht zu überbieten ist, und das ist ihr Etadol. Aber bevor wir hier weitermachen, muss ich unbedingt ein Shoutout an OnlyPVP-Cat loswerden, der das Ganze nämlich kürzlich in einem seiner YouTube-Videos aufbereitet und diese Geldmach-Methode präsentiert. Sein Originalvideo ist dazu unten in der Videobeschreibung verlinkt, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Das ist nämlich international gesehen einer der besten, wenn nicht sogar der beste Reddit-Online-Youtuber überhaupt. So, machen wir weiter mit der Mission. Die ist wirklich für jeden geeignet, der mit dem Kopfgeleger gerade anfängt oder schon ein Veteran ist, denn die ist kinderleicht und ihr könnt hier fast AFK spielend einfach Geld verdienen. Was ihr dazu machen müsst, ist euch einfach nur vor Etadol zu verstecken. Und in diesem verlassenen Güterbahnhof habt ihr wirklich auch eine Menge Möglichkeiten dazu. Was ich immer ganz gerne gemacht habe, war da hoch aufs Geländer zu gehen, weil ihr dort einen guten Überblick über die Situation habt, aber ab Stufe 5 werden euch die ganzen Patrouillen nicht mehr markiert. Und früher oder später kommt hier auf jeden Fall eine Wache vorbei, wenn die euch sieht oder wenn euch die anderen dabei sehen, wie ihr die ausschaltet, dann war es das halt mit der Heimlichkeit. Und heimlich wollt ihr auf jeden Fall sein, denn Etadol ist eigentlich alleine ein Kopfgeldziel, aber am Anfang werden euch vier markiert. Und desto länger ihr wartet und euch versteckt haltet, desto mehr geben sie sich als Gefolgsleute Preis. Und irgendwann wird Etadol alleine zurückbleiben als Totenkopf. Das ist eure Chance schon mal raus zu gehen und sie gefangen zu nehmen. Aber auch das geht sogar noch einfacher. Wenn ihr nämlich auf ein Stichkommando wartet, dass Etadol sagt, los Leute wir verschwinden hier, das ist offensichtlich nur eine Falle. Dann werden alle abhauen und Etadol eben auch. Aber wenn ihr Etadol in dieser Zeit gefangen nehmt, dann werden euch die anderen NPCs einfach ignorieren und weiter Sturgrad auslaufen. Ist völlig egal, ob ihr in deren Weg steht oder nicht, ihr könnt sogar manche von denen abschießen, ist den anderen völlig egal. Also wenn ihr wirklich die einfachste Option haben wollt, um diese Mission zu bewältigen, dann versteckt euch in diesem Tunnel, wartet auf das Kommando von Etadol, springt dann raus, fesselt sie und dann habt ihr die Mission eigentlich schon geschafft. Dann müsst ihr nur noch mit Etadol zusammen zur Polizeiwache gehen und könnt euch eben entscheiden, wie lange ihr dabei warten wollt. Am besten setzt ihr euch einen Timer, sobald die Mission losgeht, überspringt die Cutscene und dann wartet ihr entweder 9 Minuten bzw. 10 Minuten zur Abgabe, dass ihr relativ zur Zeit das meiste rausbekommt oder ihr wartet einfach die vollen 30 Minuten und bekommt dann satte 225 Dollar, jetzt mit 50% mehr sogar 337 Dollar. Bei 10 Minuten sind es aber immer noch 168 Dollar im Normalfall und 250 jetzt, das heißt für 10 Minuten 250 Dollar, so viel gibt es sonst nirgendwo, 25 Dollar pro Minute, das ist schon richtig saftig. Wie gesagt, jetzt nur während dieser Aktion, aber diese Mission könnt ihr jederzeit machen und die ist immer so einfach. Normalerweise könnt ihr Etadol einfach bewusstlos schlagen, um eure Ruhe bei der Mission zu haben, das ging aber bei mir komischerweise nicht, ich konnte sie auch nach 20 Dritten nicht in Ohnmacht schlagen, deswegen habe ich sie einfach in den Kopfgeldjägerwagen gepackt, das ist sowieso immer eure beste Option, da mittlerweile seit dem Dezember Update wohl dieser Bug rumgeht, dass selbst vor der Polizeistation, wo man normalerweise sicher ist, dass das Kopfgeldzieher nicht mehr abhauen kann, irgendwie ist das wohl mittlerweile so, dass das doch funktioniert. Also, wenn ihr einfach nur euren Timer abwarten wollt von den 30 Minuten, packt Etadol in den Kopfgeldjägerwagen und geht selbst in den Katalog rein, denn dort werdet ihr auch nach 13 Minuten Inaktivität nicht einfach automatisch ausgelockt, also perfekt, um größere Zeiten abzuwarten. Ihr bekommt außerdem noch ein bisschen mehr Belohnung, wenn ihr das Ganze auf höheren Stufen macht. Ihr bekommt die normale Belohnung auf 1 Stern, 1,12-fache Belohnung auf 2 Sternen, 25% mehr auf 3 Sternen, 37% mehr auf 4 Sternen und die 1,5-fache Belohnung gibt es dann letztendlich bei der höchsten Schwierigkeitsstufe. Außerdem bekommt ihr im Trupp ebenfalls noch mehr Belohnung, 10% mehr, wenn ihr das mit einem weiteren Truppmigil macht, also jeder von euch, 15% mehr mit 2 Truppmigilern, also 3 insgesamt dann im Trupp und bei 4 Truppmigilern insgesamt gibt es 20% mehr für jeden. Das betrifft aber natürlich nur die dolle Auszahlung, nicht das Gold. Das bleibt, wie gesagt, immer gleich. Lohnt sich also auf jeden Fall das Ganze mal anzugehen, Etadol. Ihr braucht halt wirklich gar nichts aus einem Lasso, was jeder von euch hat, um diese Mission perfekt abzuschließen. Keine besonderen Fähigkeitskarten, keine Waffen, kein gar nichts, höchstens noch einen Kopfgelegerwagen, aber falls ihr den nicht haben solltet, einfach nur ein bisschen aufmerksam dabei bleiben und Etadol wieder einfangen, sollte sie versuchen abzuhauen. Also wirklich extrem einfach, gerade auch für Neulinge sehr gut geeignet. Kann ich euch nur ans Herz legen. Das war es aber auf jeden Fall an dieser Stelle auch wieder mit dem Video. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich verabschiede mich an der Stelle mit einem Shoutout an meine Kartoffelritter, die mich finanziell mit einer Kanabikitschaft unterstützen. Vor allem meine Prophet, Chris Little Joker, René, Markus, Matze, Rolf, Kevin, Big Chris TV, Lilla Assassin, Kuruka, Dragon TV, Tamara, Da Lucas, Marco, Lananda, Gerald, Last Human, Chili, Tom, Christian, Whitey McLean und Gray Shooter. Vielen Dank an euch. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Bum, ba-ba-dam, boom, ba-ba-dam-bam, United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.